Oh, du machst du das oder was? Hey, guck mich nicht an. Ich trage nicht mal Socken. Das ist der Geruch der Bösartigkeit. Jemand sabotiert meine Maschine. Und Shakes. Shakes, nein. Prof, hol ihn da raus. Geht nicht, der Trinker hat die Konsole beschädigt. Können wir ihn nicht einfach rausreißen? Nein, sieht, wird einfach aus der Simulation. Würde sein Hirn, äh, sagen wir einfach, das ist keine Option. Der einzige Weg, wie Shakes da rauskommt, ist zu gewinnen. Hä? Ah! Hä? Ah. Ich halte es nicht aus. Es muss einen anderen Weg hier rausgeben. Hört mich jemand? Hilfe! Keine Chance, dass Shakes die Legenden ganz allein besiegt. Wartet, wartet! Seid ihr verrückt? Wenn ihr nicht gewinnt, werdet ihr da drin stecken für immer. Ein Risiko, dass wir eingehen müssen. Oh. Ich bin so ein Idiot. Jep. Das stimmt. Ja, Mann. Total. Ja, Mann. Musst ihr mal versuchen, alles allein zu machen, hä, Shakes? Ihr seid wegen mir da. Aber heißt das nicht, ihr steckt hier auch fest? Niemand wird irgendwo feststecken. Hä? Was soll denn das? Wir schlagen einfach die Legenden und ab geht's nach Hause. Außerdem, Alter, wir sind ein Team. Wir gewinnen zusammen und wir verlieren zusammen. Ja, wir sind in Virtual Reality verloren. In alle Ewigkeit zusammen. Ich kann sonst von der Seitenlinie zusehen. Aber das? Es muss etwas geben. Was könnte ich tun? Also, du kannst mir den Schraubenzieher geben, bitte. Hä? Hm. Hör zu, Jungs. Kraft, Genauigkeit, Mut. Hier gilt das Überleben des Stärkeren. Ich zerstöre jeden, der sich mir in den Weg stellt. Legenden? Das sind die Legenden in der Mache. Ich bin eine Legende, aber diese Jungs sind legendär. Warum hasst der Simulator mir? Die sind schon Ewigkeiten drin. Shakes scheint echt festzustecken. Skara, hast du neue Informationen über die Superstrikers? Ich hab viel mehr als das, Vince. Das Halbfinale wird sehr viel einfacher, als wir dachten. Ich muss auflegen. Puh, deine Einstellung stück meistens, Skara. Aber diesmal übertriffst du dich echt selbst. Ja, dann kannst du uns auf dem Siegertreppchen riechen. Jetzt, raus aus meinem Auto. Hä? Was? Hey! Äh, gib die zurück. Egal. Was auch immer. Äh, Skara, ich glaub, das waren zu viele Chips. Was? Hä? Niemand stört meine Spielvorbereitung. Nein, nein, lass mich raus! Lass mich raus! Hör zu, Jungs! Kraft! Genauigkeit! Mut! Hier gilt das Überleben des Stärkeren. Ich zerstöre jeden, der sich mir in den Weg stellt. Äh, geht's nur mir so? Oder wird das superschnell sehr nervtötend? Du hast keine Ahnung. Hm. Ihr seid vielleicht was auf der Spur. Das sind Simulationen von Spielern. Sie sind zwar gut, aber sie lernen nichts Neues dazu. Aber wir schon. Entschuldige, Coach. Du hast mir gezeigt, nicht zweimal auf denselben Trick reinzufallen. Den da hab ich von dir gelernt. Und hier ist dein eigener. Ball flach halten! Komm schon, komm schon! Komm schon, komm schon! Ich hasse mich manchmal echt. Nicht schlecht, Jungs, nicht schlecht. Nur ein paar Spiele mehr und wir haben sie. Äh, hör zu! Die Simulation wird gerade extrem instabil. Wenn ihr euer nächstes Spiel nicht gewinnt, heißt es Shift plus Delete. Keine Wiederherstellung aus dem Papierkopf, dahin, am Ende, verliegt es! Ich glaube, sie haben es verstanden. Oh. Ay, caramba! Was sollen wir jetzt tun? Spieler gegen Spieler sind die Legenden besser als wir. Oh, super Räte, Kapitän. Oh. Aber sag mir mal, welche Farbe tragen die? Ähm, alle unterschiedliche? Der Grund ist, sie sind kein Team. Aber wenn wir wie eins spielen, gewinnen wir, egal wie gut sie sind, individuell. Eins, zwei, drei! Super Strikers! So inspirierend! So inspirierend! So inspirierend! So inspirierend! Triple swing! Soυτ Soundprecher? So depthierend! Okay, schneller Konter. Wir beenden das jetzt sofort. Oder es ist Game Over. Oh, komm schon. Mach mal halb lang. El Matador, zu mir. Der Ball kommt, Shakes. Schieß, schieß. Jetzt schieß einfach. Schieß, schieß.